In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Umkehrfunktion oder die Inverse-Funktion rechnerisch bestimmen kann. Bevor wir gleich zu interessanter Beispielaufgaben gehen, werden wir uns zuerst das Lösungsschema schrittweise anhand eines einfachen Beispiels anschauen. Wir haben also hier eine Funktion f von x gleich 5x plus 3 und was wir suchen ist die Umkehrfunktion, auch f quer von x genannt, und im Studium manchmal auch als f hoch minus 1 von x bezeichnet. Um diese Umkehrfunktion zu bestimmen, braucht man grundsätzlich genau 4 Schritte. Der erste Schritt, das mehr symbolische Natur ist, wäre y gleich mit f von x zu setzen. Das heißt übersetzt, oben statt f von x schreiben wir einfach y hin. Das sieht dann so aus, y ist gleich 5x plus 3. Im zweiten Schritt müssen wir die Gleichung auf der rechten Seite nach x umformen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Also, als erstes könnten wir hier an dieser Stelle zuerst die 3 rüberbringen mit minus 3. Entsprechend hätten wir dann y minus 3 sind gleich 5x und am Ende noch geteilt durch 5 und somit ein Fünftel y minus 3 Fünftel sind gleich x. Beachtet bitte an dieser Stelle, es ist ein bisschen günstiger und von Aussehen her schöner, wenn man die einzelnen Terme durch 5 teilt und nicht alles als ein großer Bruch hinschreibt. Dieser zweite Schritt ist auch immer der schwierigste Schritt. Die letzten zwei Schritte sind wieder nur symbolische Natur. Im dritten Schritt vertauscht man einfach x und y. Das heißt, in unserer Gleichung hier, Ausschritt 2, vertauschen wir x und y, indem wir dann einfach 1 Fünftel x minus 3 Fünftel sind gleich y schreiben. Und im vierten und letzten Schritt ersetzen wir y durch f quer von x. Also, ich schreibe es jetzt von rechts nach links. Die Umkehrfunktion f quer von x ist dann 1 Fünftel x minus 3 Fünftel. Und das war's. Allerdings noch eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Die Schritte 2 und 3 kann man auch in umgekehrter Reihenfolge durchziehen. Das heißt, man kann gegebenenfalls zuerst x und y vertauschen und dann entsprechend direkt nach y umformen. Wie man das Ganze macht, ist Geschmackssache. Orientiert euch am besten an das, was ihr im Unterricht gesehen habt. In Bezug auf die Aufgaben, die jetzt noch folgen, habe ich mich bemüht, so viel Vielfalt wie möglich in die Sache reinzubringen. Das heißt, im Zusammenhang mit diesem Thema alle möglichen Funktionstypen mindestens einmal dran zu nehmen. Ich überfliege jetzt kurz die Aufgabenstellung dieser ersten Beispielaufgabe. Beispielaufgabe. Die Funktion f ist auf der Definitionsmenge der f von minus 2 bis unendlich umkehrbar. Bestimme ein Terp für die Umkehrfunktion. Und als erstes haben wir hier eine ganz rationale Funktion. Und ich werde mich natürlich an die vier Schritte halten, die wir vorher besprochen haben. Das heißt, als erstes setzen wir das f von x mit einem y. Entsprechend haben wir dann y ist gleich 2x plus 4 und das Ganze hoch 2. Jetzt müssen wir diese Gleichung nach x umformen. Tja, dafür wäre günstig, wenn wir zuerst diese hoch 2 loswerden. Das kriegen wir hin, indem wir einfach die Wurzel ziehen. Auf beide Seiten natürlich. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite Wurzel aus y und auf der rechten Seite steht dann nur noch 2x plus 4. Und jetzt können wir weiter so umformen, dass irgendwann mal dieses x alleine auf der rechten Seite steht. Entsprechend bringen wir dann die 4 rüber mit minus 4 und haben dann Wurzel y minus 4 sind gleich 2x. Und am Ende alles noch geteilt durch 2. Und auch hier werde ich jeden einzelnen Term durch 2 teilen. Sieht ein bisschen schöner aus. Entsprechend haben wir dann 1 halb mal Wurzel y minus 4 geteilt durch 2 ergibt natürlich 2. Sind gleich x. Jetzt im dritten Schritt müssen wir x und y vertauschen. Also entsprechend werden wir dann 1 halb Wurzel x minus 2 haben. Ist gleich y. Und jetzt zum Schluss müssen wir nur diesen y mit f quer ersetzen. Das heißt, die Umkehrfunktion lautet dann einfach nur 1 halb Wurzel x minus 2. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Die Funktion f ist auf der Definitionsmenge der f von 1 viertel bis unendlich umkehrbar. Bestimme einen Term für die Umkehrfunktion. Und diesmal haben wir eine gebrochenrationale Funktion. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Für den Fall, dass ihr euch gefragt habt, woher kommen denn diese Definitionsbereiche, in denen die Funktionen umkehrbar sind. Dieses Thema ist nicht Teil dieses Tutorials. Hier geht es schließlich nur um die Bestimmung der Umkehrfunktion. Aber wenn Bedarf, am Ende dieses Videos im Abspann, findet ihr auch dafür ein passendes Tutorial. Und jetzt zurück zu unserer Beispielaufgabe. Also, als erstes ersetzen wir wieder das f von x durch einen y. Entsprechend haben wir dann y ist gleich 3x minus 2 geteilt durch 4x minus 1. Unser Ziel ist natürlich nach diesem x umzuformen. Dafür wäre gut, wenn zuerst die Brüche verschwinden. Das heißt, wir könnten hier mit dem Nenner durchmultiplizieren. Der Nenner wäre dieser 4x minus 1. Und entsprechend haben wir dann auf der linken Seite y mal 4x minus 1 ist gleich 3x minus 2. Jetzt wäre gut, wenn wir die Klammer hier auflösen oder aufmultiplizieren. Entsprechend haben wir dann y mal 4x minus y sind gleich 3x minus 2. Da wir jetzt irgendwie nach diesem x umformen wollen, wäre gut, wenn wir alle Terme mit x auf eine Seite bringen und die ohne x auf der anderen. Entsprechend werde ich dann das minus y von links mit plus y auf der rechten Seite bringen und das 3x auf der rechten Seite mit minus 3x auf der linken Seite bringen. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite einmal dieser 4xy, schreibe ich jetzt hier auf der rechten Seite, dann minus 3x ist gleich und auf der rechten Seite steht dann y minus 2. Um x jetzt rauszubekommen, muss man aus diesen zwei Termen das x ausklammern. Also wir sagen dann x, Klammer auf, 4y minus 3 ist gleich y minus 2. Jetzt müssen wir nur noch diese Klammer auf der rechten Seite bringen, natürlich mitgeteilt. Also wir teilen durch 4y minus 3. Und entsprechend haben wir dann für x, y minus 2 geteilt durch 4y minus 3. Im nächsten Schritt müssen wir x und y vertauschen. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus, y ist gleich x minus 2 durch 4x minus 3. Also überall, wo auf der rechten Seite ein y gab, wurde jetzt dieser y mit dem x ersetzt. Und am Ende lautet unsere Umkehrfunktion einfach x minus 2 durch 4x minus 3. Bei der dritten Beispielaufgabe haben wir eine Wurzelfunktion und sie ist in dem Bereich minus 1,5 bis unendlich umkehrbar. Wir suchen natürlich wieder die Umkehrfunktion. Dafür ersetzen wir wieder als erstes das f von x mit einem y. Das Ganze sieht dann so aus. y ist gleich 1 halb mal Wurzel aus 3x plus 4,5 und am Ende noch minus 2. Wenn wir jetzt nach x umformen wollen, ist es am besten, wenn wir zuerst die minus 2 rüberbringen mit plus 2. Entsprechend haben wir dann y plus 2 ist gleich 1 halb mal die Wurzel. Also Wurzel aus 3x plus 4,5. Dann wäre gut, wenn dieser 1 halb verschwindet. Das können wir wegmachen, indem wir einfach das Ganze mal 2 nehmen. Und damit wird jeder Term auf der linken Seite mal 2 genommen. Entsprechend haben wir dann 2y plus 4 ist gleich die Wurzel, die auf der rechten Seite noch übrig ist. 3x plus 4,5. Und jetzt muss natürlich die Wurzel verschwinden. Das kriegen wir hin durch Quadrieren auf beide Seiten. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite 2y plus 4. Alles in Klammer hoch 2. Und auf der rechten Seite ist die Wurzel einfach vorerst weg. Gut, dann müssen wir noch ein paar Terme rüberschieben. Natürlich zuerst die 4,5 mit minus 4,5. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite 2y plus 4. Das ist in Klammer hoch 2 minus 4,5 stehen. Und auf der rechten Seite haben wir nur noch 3x. Und jetzt am Ende noch die 3 weg mit geteilt durch 3. Entsprechend haben wir dann ein Drittel mal die Klammer. 2y plus 4 ins Quadrat. Minus 4,5 geteilt durch 3 sind einfach 1,5. Und das Ganze ist dann x. Jetzt vertauschen wir x und y. Entsprechend haben wir dann ein Drittel, Klammer auf 2x plus 4 in Klammer hoch 2 minus 1,5. ist gleich y und am Ende im letzten Schritt, ich drehe das Ganze wieder um, bilden wir die Umkehrfunktion f quer. Und die lautet dann ein Drittel, Klammer auf 2x plus 4, alles auf 2 minus 1,5. Bei der Aufgabe 4 habe ich mich für eine Exponentialfunktion entschieden. Und sie ist auf dem ganzen Definitionsbereich von minus bis plus und endlich umkehrbar. Und vielleicht hatte eine oder andere von euch noch in Erinnerung, dass die Umkehrfunktion einer Exponentialfunktion eigentlich die Logarithmusfunktion ist. Na ja, mal schauen, wie hässlich diese Logarithmusfunktion eigentlich sein kann. Dafür ersetzen wir wieder das f von x mit einem y. Dann haben wir y ist gleich 4 mal e hoch 3x minus 2 plus 1. Und jetzt entsprechend wollen wir natürlich nach x umformen. Deshalb wäre gut, wenn wir zuerst die 1 rüberbringen mit minus 1. Entsprechend haben wir dann y minus 1 ist gleich 4 mal e hoch 3x minus 2. Dann muss natürlich die 4 weg. Wir teilen durch 4. Entsprechend haben wir dann 1 Viertel y minus 1 Viertel ist gleich e hoch 3x minus 2. Und jetzt, um diese e-Funktion auf der rechten Seite loszuwerden, müssen wir natürlich das Ganze logarithmieren. Also ln. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite ln von 1 Viertel y minus 1 Viertel. Und auf der rechten Seite ist nur noch der Exponent von e übrig. Das heißt 3x minus 2. Jetzt wäre gut, wenn die minus 2 rüber geht mit plus 2. Dann haben wir auf der linken Seite ln von 1 Viertel y minus 1 Viertel. Und am Ende noch plus 2. Das sind gleich 3x. Und am Ende noch geteilt durch 3. Somit haben wir dann 1 Drittel ln von 1 Viertel y minus 1 Viertel. Plus 2 geteilt durch 3. Kann man stehen lassen als 2 Drittel. Sind gleich x. Jetzt vertauschen wir x und y. Also entsprechend werden wir dann 1 Drittel ln von 1 Viertel x minus 1 Viertel plus 2 Drittel sind gleich y haben. Und am Ende geben wir noch die Umkehrfunktion an. Also f quer lautet dann 1 Drittel ln von 1 Viertel x minus 1 Viertel und am Ende noch plus 2 Drittel. Und bei der letzten Beispielaufgabe haben wir eine Logarithmusfunktion, die im Bereich minus 1,5 bis unendlich umkehrbar ist. Und diejenigen von euch, die die Beispielaufgabe 4 schon angeschaut haben, ahnen wahrscheinlich schon, dass die Umkehrfunktion eine natürliche Exponentialfunktion sein wird. Also, legen wir los. f und x wird natürlich durch y ersetzt. Entsprechend haben wir dann 3 mal ln von 4x plus 6. Dann wäre es am einfachsten, wenn wir zuerst die 3 vor dem ln rüberbringen mit geteilt durch 3. haben wir dann entsprechend 1 Drittel y ist gleich ln von 4x plus 6. Und jetzt, damit wir nach x umformen können, müssen wir hier eine logarithmische Gleichung lösen können. Das machen wir durch Exponieren. Also, wir bringen beide Seiten in E-Hochform. Entsprechend haben wir auf der linken Seite E hoch 1 Drittel y. Und auf der rechten Seite, durch Exponieren, verschwindet dieser Logarithmus. Und es bleibt nur dieser Term, was im Logarithmus steht. Und zwar 4x plus 6. Entsprechend können wir dann noch die 6 rüberbringen mit minus 6. Entsprechend haben wir mal wieder ein Drittel y. Minus 6 sind gleich 4x. Und am Ende noch geteilt durch 4. Das schreibe ich jetzt auf der rechten Seite. Wir haben dann 1 Viertel, E hoch 1 Drittel y. Minus 6 geteilt durch 4 sind 6 Viertel oder gekürzt 3 Halbe. Minus 3 Halbe ist gleich x. Jetzt vertauschen wir x und y. Also, 1 Viertel, E hoch 1 Drittel x. Minus 3 Halbe ist gleich y. Und am Ende geben wir unsere Umkehrfunktion an. Also, f quer von x ist dann 1 Viertel, E hoch 1 Drittel x. Und minus 3 Halbe. Wie bereits am Anfang erwähnt, handelt es sich hier um eine natürliche Exponentialfunktion. Zum Schluss noch ein paar Hinweise im Zusammenhang mit dieser Umkehrfunktion. Wir müssen natürlich in der Lage sein, Definitions- und Wertebereiche für Funktionen und Umkehrfunktionen zu bestimmen, sowie Umkehrfunktionen zu zeichnen. Außerdem ist der Nachweis für die Umkehrbarkeit von Funktionen wichtig, sowie die Ableitung von Umkehrfunktionen. Vor allem die Ableitung der natürlichen Logarithmusfunktion. Wenn Bedarf Tutorials für alle diese Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.